Videomarketing ist für GrobiTV kein Fremdwort mehr. Das stimmt, ja. Wir haben seit gut anderthalb Jahren sehr viele Erfahrungen auf YouTube gemacht, indem wir dort viele Produkte von uns dort ausführlich präsentieren, uns selber präsentieren als Firma, als Unternehmen, als Team oder auch unsere Kunden schon mit Lösungen präsentieren. Und in der heutigen Zeit ist YouTube ein sehr interessantes Marketing-Tool, also Video überhaupt ist ein sehr wichtiges und gutes Marketing-Tool und eigentlich auch ein relativ preiswertes Marketing-Tool. Mal sai nochmal! M.K. für ein Team im.K.